Das Ziel des Moduls ist es, dass die Teilnehmenden Alternativen zu nicht wiederverwertbaren Verpackungen kennenlernen. Dies funktioniert am besten über anschauliche Poster, die oft bei lokalen Müllverwertungsgesellschaften kostenfrei erhältlich sind. Alternativ bringen Sie und die Gruppe verwertbare und nichtverwertbare Verpackungen mit, die die Teilnehmenden zusammen sortieren und zuordnen. Übrigens, unsere Arbeitsmaterialien erhalten Sie gemeinsam mit